Alles muss sauber sein, wenn wir hier das Unboxing machen. Los geht's! Es ist Unboxing-Zeit. Hallo, Freunde, und willkommen hier bei den Scooter-Haden in Berlin. Was habe ich euch heute mitgebracht? Den Styreion. Würde den einen oder anderen da draußen nichts sagen. Styreion hört sich so ein bisschen an wie so eine klassische 80er-Jahre-Action-Serie. Kennt ihr noch ein Backdome? Psst, hier kommt der Styreion. Nein, das ist tatsächlich nicht, sondern das ist hier ein Fahrzeug. Das durften wir vor zwei Jahren schon mal ausprobieren als Prototyp. Und jetzt ist es soweit. Der Styreion ist fertig gebaut in Köln und ist für die Straße zugelassen. Das Ganze als 20 kmh und 25 kmh-Version, sprich stehend oder sitzend. Und wir haben heute hier den Styreion S25 für 3.449 Euro. Wow, das ist eine ganze Menge Geld. Und was dieser Styreion S25 kann. Yeah, das zeigen wir euch jetzt. Dafür brauche ich aber ein Messer. Ja, so sieht es aus in der Box vom Styreion S25. Also, sauber sortiert, finde ich schon mal sehr, sehr cool. Wir fangen mal direkt an mit den wichtigsten Sachen, den Papieren, um genau zu sein. Ja, die sind jetzt hier wunderbar an dieser Folie drin. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein. Ihr habt hier zum einen natürlich die Bedienungsanleitung. Auf Deutsch, versteht sich. Da hat sich also jemand Gedanken gemacht. Ich bin schon gespannt, wie das nachher aussieht. Die EG-Übereinstimmungserklärung, alles klar. Nehmen wir auch mit. Dann haben wir hier noch für die Papiere später noch so ein kleines Mäppchen mit Styreion. Cool, sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Hat sich bisher noch kein Hersteller Gedanken gemacht. Finde ich super. Dann gibt es hier noch eine Kurzanleitung, also sprich die wichtigsten Details nochmal zum Styreion und auch die Funktionen. Und am Ende eure Einzelabnahme. Also, die Fahrzeuge werden ja von Hand in Köln zusammengebaut und im Vierer-Team habe ich mir sagen lassen. Und dann kommt der TÜV vorbei und nimmt jedes Fahrzeug einzeln ab. Also, da legt man sehr, sehr viel Wert drauf. Papiere sind soweit schon mal vollständig. Können wir erstmal hier wieder reintun. Als nächstes haben wir das Ladegerät. Also, wir haben beim Styreion ein 48-Volt-System verbaut. Das Ganze auf 14 Amperestunden, 672 Wattstunden. Meine Fresse, das ist eine ganze Menge. Wir haben einen relativ großen Charger. Das ist schon ein ordentlicher Klopper. Okay, wir werden geladen mit 3 Ampere. Das bedeutet, bei 14 Amperestunden seid ihr irgendwo bei gut 4,5 Stunden, knapp 5 Stunden. Und dann ist der Styreion wieder voll. Das gucken wir uns aber gleich nochmal etwas genauer an. Als nächstes haben wir hier den Sattel. Der Styreion wird ja nicht umsonst als Hybrid bezeichnet, weil hier sehr, sehr viele E-Bike-Komponenten verbaut wurden. Und der S25 hat ja die Besonderheit, dass ihr ihn zum einen in zwei Versionen bekommt. 20 kmh helmfrei oder 25 kmh, so wie wir ihn jetzt hier haben. Und das Ganze als Mofa zugelassen, sitzend. Als nächstes haben wir hier die Schlüssel zum Styreion. Ich hole das Ganze mal raus. Das probieren wir gleich nochmal aus. Ich habe noch keine Ahnung, ob der ein Zündschloss hat, ob das jetzt wirklich 4 Schlüssel für den Akku sind. Ich weiß es nicht. Wir probieren es auf jeden Fall aus. Wir haben insgesamt 4 Schlüssel. Da werden auf jeden Fall auch Schlüssel für den Akku dabei sein. Den kann man ja rausnehmen und wieder reinstecken, wunderbar. Und diese Spangen sind einfach nur für die Bremse. Also wenn ihr mal einen Reifen wechseln müsst, dann einfach das Hinter- oder Vorderrad raus. Und anstelle der Bremsscheibe kommt dann diese Spangen rein, damit man das Ganze später auch wieder sauber montieren kann. Wir haben für unseren Styreion aber noch Schutzbleche mit dazu bestellt. Das ist jetzt hier das Anbau-Kit. Das ist nicht serienmäßig enthalten. Das müsst ihr optional bestellen. Das ist Zubehör für euren Styreion. Macht aber Sinn, gerade wenn man bei schlechtem Wetter unterwegs ist. Wir bauen das heute auf jeden Fall mal an, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht. Jetzt können wir schon eins machen. Wir holen den Styreion jetzt mal aus dem Karton. Das Schöne ist, hier ist schon alles fix und fertig. Passt ein bisschen auf, Leute, die Bandscheibe haben. Der S25 wiegt gut und gern 22 Kilogramm. Das ist jetzt nicht ohne. Yellow River. Kennst du das? Das ist eigentlich ganz geil, ne? Ja, hier steht da jetzt der Styreion S25. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Zubehör anbauen, und zwar die Schutzbleche und den Sattel. Und dann gucken wir uns den S25 mal ganz genau an. Meine Frau rachte mich gerade, ja, wieso sagst du eigentlich Hybrid dazu? Ja, das kann ich dir sagen, weil das für mich so die Kombination ist eigentlich aus E-Bike und Scooter. Ja, du hast jetzt keine Pedalen, aber wir haben extrem viele E-Bike-Komponenten. Ja, muss man einfach mal dazu sagen. Ich habe jetzt hier schon die Magura-Bremse gesehen, die Supernova-Beleuchtung. Wir haben hier Bafang, Antriebsstrangen. Ja, eigentlich fehlen nur noch Pedale. Ist es aber nicht. Das ist ein E-Scooter. Um genau zu sein, ein Mofa für euch da draußen mit 25 kmh. Und den bauen wir jetzt erstmal zusammen. Und dann gibt es noch ein paar schöne Details zu diesem S25. Masse! Masse aus, das ist schwer. Scheiße. Was ist denn? Wir haben doch gesagt, wegen Corona sind wir nicht dazu gekommen, ins Fitnessstudio zu kommen. Kann ich doch mit dem Roller machen, oder nicht? Das sah aber sehr... Was sah das sehr? Merkwürdig aus. Das ist nicht merkwürdig. Das sah massemäßig aus. Masse! Deswegen auch Hybrid. Was siehst du? Kannst du ja damit fahren, oder damit trainieren. Ja. Das ist nicht so einfach. Also als Techniker hat man da echt so seine Probleme, ja? Die... Mann! Willst du mir irgendwas sagen? Schatz, Schutzbecher anbauen muss man schon können, ja? Also ich schaff's auch, ein Zelt aufzubauen. Da will ich's ja wohl auch schaffen, die Schutzbecher anzubauen. Was hast du gerade gesagt? Sag mal, bitte. Das ist beim Boop-Zelt auch nicht so schwer, war. Warte mal ab, ey. Ich werde dir noch... Es wird demnächst T-Shirts geben, da steht hinten drauf Schatzi, ja? Den YouTube-Kanal werde ich umbenennen. In Schatzi. Ja, genau. Schatzi, wie sieht das Ganze von hinten aus? Als wenn ich irgendwie mit einem Schwänzchen wackeln würde, wa? Das Schöne ist, wir haben Rücklicht mit Bremslichtfunktion von Supernova. Und von vorne sehe ich natürlich noch ein bisschen dynamischer aus, oder? Von der Seite muss ich auf jeden Fall den Bauch reinziehen. Ich habe gedacht, der hat eine Zündung. Nein, das sind tatsächlich vier Schlüssel für das Akkusystem. Ich will mal ganz kurz darauf eingehen. Der Steamion steht, ich habe einen Moment gebraucht, um die Schutzbleche vorne hinten anzubauen. Wie gesagt, das ist Zubehör. Aber im Endeffekt ging es kinderleicht. Sattel rauf, Schutzbleche ran, Thema erledigt. Und schon steht das Ganze. Was ich jetzt hier in der Hand halte, das ist das Akkusystem. Wir haben hier ein 48-Volt-System, 14 Amperestunden, 672 Wattstunden und eine Reichweite von circa 40 bis 60 Kilometer. Das hängt immer natürlich auch vom Fahrergewicht ab. Der ganze Roller, so wie er jetzt hier steht, oder Hybrid, E-Bike, E-Scooter, wie man auch immer dazu sagen möchte, wiegt 22 Kilo. Ihr dürft jetzt noch insgesamt 108 Kilo bei dem Fahrzeug raufpacken. Das dürfte bei mir dann gerade so passen. Entwickelt ist er tatsächlich für Personen bis 1,95 Meter. Steht zumindest in der Anleitung. Wir testen das. Ich bin gut 1,90 Meter und wiege 103 Kilogramm. Das heißt, wir werden hier natürlich nochmal ein Review machen. Was ich aber cool finde, wie im E-Bike-Bereich, ihr könnt den Akku rausnehmen, wiegt auch nicht viel. Man kann genau ablesen, wie voll ist das Ganze. Und mit dem dazugehörigen Ladegerät in 4, 5 Stunden ist er wieder voll. Könnt ihr auch im Zubehör tatsächlich nachbestellen. So, das ging jetzt aber schnell. Ja, sonst stelle ich mich hier mal an, mit dem rein und raus in dieses ganze Gefriemel. Der Stabion S25, wie gesagt, ihr kriegt ihn in 25 kmh und 20 kmh. So wie er jetzt hier steht, gefällt er mir schon ganz gut. Interessant wird nachher echt die Probefahrt. Der Radstand als solches und der hat hier eine wirkliche Besonderheit und das ist diese Allradlenkung, die wir jetzt hier in der Mitte sehen. Und mir wurde gesagt, es gibt Leute, die können das in 10 Minuten, andere in einer halben Stunde und dann gibt es wieder Leute, die brauchen den ganzen Tag. Ich werde wahrscheinlich einer dieser Kandidaten sein. Schauen wir mal. Aber das, was mir natürlich auffällt, ist die sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität. Das ist richtig gut gemacht. Zusammengebaut wird das Ganze hier in Köln von den 4 Jungs. Die Rahmen kommen beispielsweise jetzt aus Polen. Der Antriebsstrahl ist bekannt aus dem E-Bike-Bereich von der Firma Bafang. Das ist schon ein bisschen was Hochwertigeres. Besonderheit ist hier nur der Frontmotor. Wir haben hier also ein 500-Watts-System vorne auf 48 Volt. Und der kommt eigentlich aus dem Cargo-Bereich. Das heißt, die mussten die tatsächlich runterdrosseln, weil das Teil so viel Power hatte, dass die schon fast die Schuhe ausgezogen hat. Auch da lasse ich mich jetzt gerne später mal überraschen. Aber das USP, und das ist es halt eben, wo man sagt, okay, es ist der Porsche unter den E-Scootern. Ein interessantes Argument, das werden wir später dann noch schauen, ist natürlich die Agilität und die Wendigkeit. Weil gerade durch diese Allradlenkung, die ja von den Jungs auch patentiert ist. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ihr lenkt also ein. Und das Hinterrad lenkt dann im Prinzip mit. Habt ihr natürlich sehr, sehr kleine Radien, die ihr fahren könnt. Und es soll sich anfühlen wie Skifahren, Karven. Deswegen, jetzt bin ich kein Wintersportler und ich habe mich auch bei einem Einrad schon sehr, sehr schwer getan. Hab es aber mittlerweile, oder beherrsche es mittlerweile. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Wird auch das für mich definitiv eine Herausforderung. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie sich das am Ende fährt. Schatz, der Ständer ist schon monströs, oder? Also mit dem Ding bist du doch der King auf der Straße. Aber darauf will ich ja gar nicht zu sprechen kommen. Freunde, es geht hier um die unterschiedlichen Reifengrößen. Vorne 16 Zoll und das Ganze 3 Zoll breit. Hinten 12,5 Zoll und 3 Zoll breit. Habe ich so in der Konstellation auch noch nicht gesehen. Scheibenbremse vorne, hinten. Das Ganze wird hydraulisch sauber abgebremst von der Firma Magura. Besser geht es an der Stelle nicht. Und im Vergleich zu der 2018er Version haben wir nicht mehr ein ganzes Trittbrett, sondern die Kombination aus Trittbrett und Fußraste. So würde ich das Ganze jetzt mal nennen. Hast du das jetzt gefüllt mit dem? Du kannst also den ganzen Fuß draufpacken, nur die Hacke, nur die Zehenspitze oder du lässt die Füße einfach weg. Der Lenker hat eine schöne Breite, ich komme überall gut ran. Die Bremse sind gut zu erreichen und ich habe hier mein klassisches Daumengras. Und mein Gott, der will ja sofort los. Was ist denn hier los? Probefahrt machen wir später. Display finde ich eine feine Nummer. Fünf Fahrstufen habt ihr hier zum Beispiel, die ihr einstellen könnt. Und dann könnt ihr im Untermenü noch einiges verändern. Und von Odo-Trip bis Reichweite zeigt euch das alles an. Kann man super ablesen. Aktuell ist keine App geplant. Finde ich auch gar nicht so schlimm. In Summe wollt ihr ja das Teil auspacken, einschalten und losfahren. Und genau darum geht es ja am Ende. Hätte ich jetzt aber irgendwie auch Bock, mal draußen runde zu fahren. Zumindest eine kleine Runde im Hof, oder? Ich glaube, es ist nur ein Unboxing, aber ich habe jetzt irgendwie Bock drauf. Ist ja Privatilände, komm. Also ich würde sagen, dass ich das jetzt schon beherrsche. Also noch nicht so viel, aber krass. Also man braucht auf jeden Fall einen Moment, um sich erst mal daran zu gewöhnen. Aber wenn du es dann erst mal kannst, dann ist das bestimmt... Oh, ich stelle mich irgendwie zu doof an, ne? Megageil. Oh, ist ja übel. Warte, ich komme aber von der anderen Seite gefahren. Und vor allem, der ist richtig juckig. Das merke ich jetzt schon. Der will unbedingt. Ist das geil. Alter, das macht richtig Laune. Das muss ich auch erst mal lernen. Da brauchen wir echt einen Moment, um sich erst mal auf dieses Carving-Gefühl einzustellen. Und vor allem auch, dass das Hinterrad so mitlenkt. Das ist ja wirklich so die Besonderheit bei diesem Fahrzeug. Ich bin total gespannt, wie sich das Ganze fährt. Für euch heute ja natürlich erst mal nur das Unboxing. Ja, das war es jetzt erst mal von unserer Seite aus. Also ich hoffe, die ersten Bilder zum Stibion haben euch gefallen, hier an unserem neuen Standort. Wir werden zukünftig immer unsere Unboxings hier machen, weil wir einfach mehr Platz haben zum Ausrasten. Und vor allem, man kann mal ganz kurz mit solchen Fahrzeugen auch mal eine kurze Probefahrt machen. Ihr macht jetzt eins, bitte klicken, liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hier bei den Scooter-Hellen in Berlin. Und ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht holen wir die Jungs von Stibion nach Berlin und machen das Review zum Stibion gemeinsam. Dann können wir gleich mal zeigen, was der Porsche unter den E-Scootern tatsächlich kann. So, und ich fahre jetzt weiter. Fahrstufe 5, Schatz. Fünf. Ab geht's. Uah.